Herzlich willkommen, Lage der Nation, an einem Montag. Philipp Banser ist hier am Mikrofon und mit 1,53 Meter Sicherheitsabstand mir gegenüber sitzt der. Ulf Burmeier und begrüßt euch ebenfalls zur Ausgabe Nummer 189 unseres Polit-Podcasts, in dem wir die politischen Ereignisse in Deutschland und der Welt zusammenkehren, soweit sie uns interessieren und wie sie für wichtig halten. Dies ist die Ausgabe vom 11. Mai 2020 und wir nehmen ausnahmsweise an einem Montag auf, weil nicht so ganz klar ist, wann genau die nächste Lage kommt. Am nächsten Wochenende haben wir so ein bisschen Termin-Trouble, kann auch erst der Montag der Folgewoche werden, wissen wir noch nicht so genau und deswegen haben wir uns gedacht, nehmen wir einfach die Dinge schon mal auf, die sich jetzt über das Wochenende ereignet haben, damit es für euch nicht so eine lange Wartezeit wird. Und in diesem Sinne geht es auch sofort los, natürlich mit einem Blick nach Corona. Da muss man sagen, gibt es leichte Wolken am Horizont, wenn ich das mal so formulieren darf. Die Stimmung drückt sich auch in Zahlen aus. Also momentan ist es so, dass die Pandemie zumindest sich andeutet zurückzukommen. R, die berühmte Zahl R ist jetzt wieder über 1. Es gibt einen Unsicherheitsfaktor, weil das Ding natürlich nur geschätzt ist, das wissen wir. Die untere Grenze liegt unter 1, die obere Grenze aber dann doch bei 1,35, im Schnitt 1,13. Das wäre schon richtig hart, wenn R wirklich bei 1,35 läge. Aber wie gesagt, das ist das obere Ende des Intervalls. Aber jedenfalls spricht sehr, sehr vieles dafür, dass die Reproduktionszahl deutlich über 1 ist. Das bedeutet auf Deutsch, die Epidemie verläuft nicht mehr konstant weiter. Die Epidemie wird wieder schlimmer, sie wird schneller, es werden sich mehr Menschen infizieren. Und dabei muss man immer sehen, diese Zahlen haben ein bis zwei Wochen Verzug seit der tatsächlichen Infektion. Das heißt, was wir gerade sehen, das sind etwa die Infektionen des letzten April-Wochenendes, das ja ein sehr schönes Wochenende war, und der Tage danach. Das muss man immer vor Augen haben. Wir reden noch nicht von den Infektionen infolge der Lockerung der letzten Woche. Das gilt bei den Neuinfektionen, aber bei der Zahl R schätzen sie ja schon. Deswegen gibt es ja diesen Nowcast, um möglichst nah an die Jetzt-Zeit ranzukommen. Das basiert eben tatsächlich auf Schätzung. Also deswegen, das ist mit der Unsicherheit verbunden. Aber auch da zeigt sich schon, die Kurve zeigt nicht mehr nach unten, so was die Neuinfektion angeht, sondern ein Mensch, eine Infizierte, ein Infizierter infiziert eben im Schnitt mittlerweile wieder mehr als eine Person. Das heißt, wir sind wieder mittendrin im Schneeball-Effekt. Es ist noch nicht so ganz klar, wie schnell der Schneeball den Hang hinunter rast, wie schnell er größer wird, wie schnell er auf die Lawine zurollt. Aber jedenfalls ist das eine ganz fatale Entwicklung. Und dem zugrunde liegt offenbar auch eine fatale psychologische Entwicklung. Philipp, man kann sich einfach des Eindrucks nicht mehr erwehren, dass für viele, viele Menschen, für viel zu viele Menschen, die Corona-Epidemie mehr oder weniger als überstanden gilt. Ja, ich glaube, das sind natürlich alles anekdotische Erlebnisse, die man hier irgendwie erzählen kann. Ja, aber wenn man jetzt hier am Wochenende draußen war, also das sah aus für viele wie ein normaler Frühsommertag. Da saßen in Berlin die Leute vor den Läden, da wurde halt das Bier rausgereicht, dann saß man halt draußen auf der Bierbank. Also und es gab auch in meiner Nachbarschaft da unter Medizinern dann schon die erste Gartenparty und so. Ja, war alles draußen, aber nach dem zweiten, dritten Wein gibt es dann da halt auch keinen Sicherheitsabstand. Nein, und also durch Kreuzberg zogen die Grillschwaden. Also ganz offensichtlich wurden da irgendwo die Hammel gegrillt. Und am Landwehrkanal sah es also auch aus wie sonst am Sommer. Also ganz klar, einfach nur mal gemessen an dem, wie sich die Menschen verhalten, hat man nicht mehr den Eindruck, dass da irgendwie große Abstandsgebote eingehalten werden, Philipp. Und das lässt sich ja auch empirisch stützen. Das ist eben nicht nur anekdotisch, ganz im Gegenteil. Umfragen zeigen, das Bedrohungsgefühl geht ebenso zurück wie die Akzeptanz für Corona-bedingte Einschränkungen. Und dazu gibt es nämlich ein neues Monitoring, das Covid-19-Snapshot-Monitoring, kurz COSMO. Genau, das ist nicht so neu, aber bei uns neu in der Lage. Wir hatten das halt bisher noch nicht erwähnt. Das ist aber für all jene, die sich da ein bisschen tiefer einlesen wollen und informieren wollen, ein sehr ambitioniertes und gutes Projekt. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt von diversen Unis, Erfurt bis Yale. Also da auch Leibniz-Zentrum für psychologische Informationen und Dokumentation steckt drin und das Robert-Koch-Institut. Also die befragen halt regelmäßig jede Woche tausend Bürger, Bürgerinnen repräsentativ eben zu diesen Einschränkungen. Und da gab es jetzt ein neues Update und da steht drin, Risikowahrnehmung und Akzeptanz der Maßnahmen fallen zurück auf vor-Lockdown-Level. Ja, mit anderen Worten back to normal. Und das ist eine außerordentlich bedrohliche Entwicklung. Genau dasselbe Ergebnis zeigt auch die sogenannte Mannheimer Corona-Studie. Zustimmung zu Beschränkungen sinkt deutlich. Und das kann man auch tatsächlich schon am Verhalten der Menschen messen. Dazu gibt es ganz verschiedene Indikatoren. Wie gesagt, wir haben eben so ein bisschen anekdotische Evidenz aus Kreuzberg oder aus Berlin generell geliefert. Aber auch die Mobilfunk, die großen Mobilfunk-Gerätehersteller, Apple und Google sind da dran. Unter anderem hat Apple einen sogenannten Mobility Report ins Netz gestellt. Macht Google auch ein bisschen anders. Macht Google auch ein bisschen anders. Diese Woche besprechen wir jetzt mal Apple. Und Apple wertet dabei anonym die Bewegungen von Menschen aus, ausweislich der Daten, die die Maps-App sammelt. Die sagen ausdrücklich, wir sammeln nicht personenbezogen, sondern wir sammeln einfach nur, wie sich Menschen bewegen. Das ist ein super Service, da kann man nach Orten, Regionen, Staaten suchen. Ich habe jetzt mal nach Deutschland gesucht. Und da wird die Mobilität auch getrennt erfasst nach Fußgängern, Autofahrern und dem öffentlichen Personennahverkehr. Und die Ergebnisse sind wirklich interessant. Denn diese Mobilitätsveränderungen stehen nur in einem allenfalls sehr, sehr losen Verhältnis zu staatlichen Lockdown-Maßnahmen. Viel wichtiger als staatliche Lockdown-Maßnahmen scheint das Bewusstsein der Menschen zu sein. So brach nämlich die Mobilität in Deutschland schon ein bis zwei Wochen vor den offiziellen Lockdown-Maßnahmen drastisch ein. Also man kann das in der Grafik sehr schön sehen. Schon Anfang März brach das deutlich ein. Die Menschen haben schon Anfang März ihr Verhalten dramatisch geändert. 60 Prozent weniger Fußgängerverkehr, in Anführungsstrichen, 70 Prozent weniger ÖPNV-Nutzung gegenüber dem ganz normalen Niveau. Und das heißt nicht, dass der Lockdown und die Maßnahmen per se überflüssig waren, so wie das Bild-Zeitung an diesem Wochenende versuchte zu suggerieren mit angeblichen Experten. Sondern einfach, dass uns scheint, dass eben Lockdown und Einstellung der Leute zwei sehr, sehr maßgebliche Faktoren sind, die diese Krankheitsentwicklung beeinflussen. Ja, also sagen wir mal so, Lockdown-Maßnahmen sind ja einfach staatliche Gebote und Verbote. Und die beeinflussen das Verhalten der Menschen. Aber das ist halt keine Eins-zu-eins-Steuerung. Nur weil etwas verboten ist, machen die Leute das ja nicht sofort. Sondern da gibt es, das ist so, wie soll ich sagen, so ein bisschen wie so ein Gummiband. Also der Staat zieht so ein bisschen an den Menschen und ob die sich dann tatsächlich danach verhalten. Da gibt es verschiedenste Einflussfaktoren. Und insofern denke ich, ist es sehr schön zu sehen, dass die Einstellung der Menschen im Grunde den Lockdown-Maßnahmen so ein bis zwei Wochen voraus war. So ähnlich schätzt es auch ein Christian N., der ist Datenjournalist bei der Süddeutschen Zeitung. Und der formuliert es so, wir wissen inzwischen, dass Mobilität und Infektionen schon vor dem Beginn des amtlichen Lockdowns deutlich rückläufig waren. Das heißt also, die Einstellung der Bevölkerung so end, ist mindestens genauso wichtig wie die konkreten staatlichen Vorgaben. Aber jetzt kommt das Große ab. Genau, und er macht, finde ich, einen ganz interessanten Punkt. Also die Frage ist natürlich, warum geht das jetzt wieder nach oben? Zunächst mal müssen wir das ja mal beschreiben. Der Corona-Schock, den wir gerade ... Hat sich schnell abgenutzt. Der hat sich total abgenutzt. Wir haben eben die Prozentzahlen genannt. Und heute sieht es nämlich ganz anders aus. War Walking, Fußgängerverkehr, mal minus 60 Prozent, sind wir jetzt nur noch bei minus 14 Prozent. Also quasi nur noch ein Viertel des Rückgangs gegenüber dem Maximalrückgang Anfang März. Und beim Autoverkehr zum Beispiel nur noch minus 21 Prozent gegenüber normal. Das heißt, die Einstellung der Menschen, Corona ist quasi vorbei, lässt sich bereits in diesen Mobilitätszahlen von Apple beispielhaft darlegen. Wobei ich ja sagen würde, einschränkend, nur weil die Leute sich mehr bewegen, würde ich sagen, ist ein bisschen weit gegriffen zu sagen, Corona ist ihnen egal. Nee, das würde ich noch nicht sagen. Wenn sie sich mehr bewegen und sich dabei ja an diese Regeln halten, Maske, Abstand, Hände waschen, dann muss das noch nicht zwangsläufig auf einen Mentalitätswechsel hindeuten, der sagt, Corona ist für uns durch. Nein, das muss es natürlich nicht. Auf der anderen Seite muss man sagen, hätte man natürlich auch gleich Anfang März Masken tragen können und sich die Hände waschen können. Also insofern, ich bin bei dir, Philipp, man kann jetzt nicht eins zu eins das gleichsetzen, aber trotzdem denke ich, zeigen diese doch dramatischen Änderungen, also quasi das Back to Normal bei der Mobilität, die Rückkehr zur Normalität bei der Mobilität ist jedenfalls ein ganz starker Indikator dafür, dass die Menschen auch ansonsten möglicherweise es nicht mehr ganz so ernst sind. Ja, ergänzt eben durch diese Umfragen und solche Sachen, glaube ich, kann man schon dieses Bild schärfen und zeichnen, dass die Leute Corona einfach nicht mehr so ernst nehmen. Und jetzt ist natürlich die Frage, woran liegt das? Und ich finde, der Kollege von der Süddeutschen Zeitung macht da einen ganz wichtigen Punkt. Ja, es ist einerseits natürlich irgendwie die Nachrichtenlage. Italien, Frankreich, Spanien haben die Lage anscheinend auch im Griff. In Deutschland sind die Zahlen halt massiv runtergegangen. Aber ich finde, er macht einen ganz wichtigen Punkt. Und das ist die unklare politische Kommunikation. Ich glaube, als Merkel Mitte März diese Corona-Ansage gemacht hat. Diese Rede zur Lage der Nation. Rede zur Lage der Nation. Leute, wir sind am Anfang und das ist hart. Und jetzt müssen wir, aber es geht nicht anders. Da war das eine ganz konsistente, klare Kommunikation. Ja, und da gab es ein paar Ausnahmen und so. Aber im Prinzip hat da jeder verstanden, worum geht es? Was sind die wissenschaftlichen begründeten Maßnahmen? Und was sind die Maßnahmen und Beschränkungen, die wir daraus ableiten? Aber seit es jetzt diese von Merkel ja auch befürchteten Öffnungsdiskussionsorgien gibt und jedes Bundesland irgendwie zwar schon in dieselbe Richtung marschiert wie die anderen, aber mit sehr unterschiedlichen Maßnahmen und ist zumindest in der Wahrnehmung ein totales Wirrwarr entstanden. Also ich habe den Eindruck, die wenigsten werden beschreiben können, was jetzt eigentlich genau wo noch wie erlaubt ist und unter welchen Bedingungen und so. Da ist einfach die Wahrnehmung, also ja, gibt noch Regelungen, aber das, was du hörst, ist immer Öffnung, Öffnung. Sport soll wieder zugelassen werden, Bundesliga soll wieder zugelassen werden, Restaurants sollen jetzt nächste Woche in Berlin wieder öffnen. Gibt immer noch Einschränkungen, aber Abstand, aber Händewaschen, aber Maske, aber nur 50 Prozent. Aber die Kommunikation ist eigentlich Öffnung und gleichzeitig aber völlig unklar, nach welchen Prinzipien, nach welchen Kriterien das funktioniert. Ja, also ich glaube, das Hauptproblem sind eben diese Öffnungsdiskussionsorgien. Da ist Angela Merkel ja tatsächlich hart kritisiert worden. Aber ich finde, sie hat die Lage wunderbar beschrieben. Es wird einfach ständig nur darüber diskutiert, was können wir noch öffnen? Und man sieht jetzt schon an den Zahlen, dass wir überhaupt nichts mehr zu öffnen haben. Also die Zahlen weisen jetzt schon darauf hin, dass wir im Grunde viel zu weit geöffnet haben, bevor wir wirklich Öffnungsregelungen entschieden haben. Also wir reden ja nach wie vor von den Zahlen Ende April oder von den Infektionen Ende April, Nowcast hin oder her. Also sehr wahrscheinlich geht es allenfalls um diese ganz moderaten Änderungen, die im April schon beschlossen worden sind. Und noch gar nicht um diesen Big Bang, der jetzt Anfang Mai beschlossen worden ist. Und das war schon offensichtlich viel zu viel. Und trotzdem haben wir einen Diskurs in diesem Land, als gäbe es kein Morgen. Das finde ich total irritierend. Das ist also das eine ist der Diskurs. Und das zweite, und das ist glaube ich ein Punkt, den man auch gedanklich trennen sollte, ist, dass dann die Regelungen, die beschlossen worden sind, auch noch so unklar sind. Das sind ja zwei Punkte. Das eine ist, dass überhaupt die ganze Zeit über Öffnungen geredet wird, die wir gar nicht mehr uns leisten können, aus meiner Sicht jedenfalls. Und das zweite ist, dass die Regelungen, die dann getroffen werden, total unklar sind. Und das ist, wenn man jetzt mal so in die Kriminologie guckt, also wenn man mal betrachtet, wie funktionieren denn, oder generell in die Rechtssoziologie. Durchsetzung von Regeln. Ja, gerne mal in die Kriminologie guckt oder in die Rechtssoziologie. Wie wirken denn eigentlich Normen? Ich habe es eben schon ganz kurz mit diesem Gummibandbeispiel angedeutet. Also natürlich, das kennt jeder von sich selber, funktioniert das durchaus nicht so. Der Staat verbietet was, also passiert das nicht mehr. Sonst dürfte es in ganz Berlin kein Tütchen geben, beispielsweise. Also ganz klar, Normen funktionieren mal mehr, mal weniger gut. Während zum Beispiel, um ein krasses Gegenbeispiel zu bilden, das Tötungsverbot, man soll andere Menschen nicht umbringen, funktioniert im Großen und Ganzen ganz gut. Da gibt es eine Handvoll Fälle in Berlin jedes Jahr. Und deutschlandweit, glaube ich, ein paar hundert, wenn ich jetzt die Zahl richtig komme, ich glaube, so um die 600. Jedenfalls bedeutet es, Normen funktionieren unterschiedlich gut. Und da gibt es ganz viele verschiedene Aspekte, warum Normen beachtet werden. Also natürlich ist zum Beispiel ganz wichtig, welche Folgen hat ein Bruch dieser Norm, wie diese Norm quasi dadurch durchgesetzt, dass Verletzungen der Norm tatsächlich negative Konsequenzen haben. Aber eine zentrale Voraussetzung für die Wirksamkeit, für die quasi Geltung von Normen, ist deren Klarheit. Die Normenklarheit ist eine Voraussetzung für eine effektive Normengeltung. Und auf der anderen Seite, wenn man den Eindruck hat, man weiß eh nicht so richtig, was gilt und anything goes und so, dann verhält man sich eben auch so. Und genau das ist das Problem, glaube ich, das wir gerade haben. Zu viel Diskussion. Und die Regelungen, die dann noch gelten zum Thema Corona, sind einfach inzwischen durch tausend Ausnahmen und Durchbrechungen so unklar geworden, dass die Menschen irgendwie so das Gefühl haben, na, der Staat meint es nicht mehr ernst. Genau. Wir haben ja an dieser Stelle, sagen wir mal, den Föderalismus durchaus in Schutz genommen und gesagt, ja, im Prinzip, das Narrativ vieler Kollegen ist so, Kolleginnen, ja, Wirrwarr, Chaos, Föderalismus, jeder macht, was er will. Und wir haben immer gesagt, na ja, hat aber auch positive Aspekte, gibt halt einen Wettbewerb. Nun beklagen wir das wirre Regelungsbild, was sich ergibt, das konfuse Erscheinungsbild. Ist denn jetzt der Föderalismus doch doof? Also ich glaube nach wie vor nicht, dass das Problem der Föderalismus ist, denn die allermeisten Menschen leben ja in einem Bundesland. Das heißt, sie sind im Prinzip nur mit einem Set an Regelungen konfrontiert. Ich glaube, das Problem ist eher, dass schon innerhalb eines Bundeslandes die Regelungen extrem kleinteilig sind. Es gibt eine Grundregel und dann gibt es Ausnahmen und noch mehr Ausnahmen und Unterausnahmen. Und die Differenzierung, die dann getroffen werden, ja, zum Beispiel, welche Kinder dürfen in die Schule wandeln? Schwimmbäder, welche, genau. Genau. Warum darf der Zoo aufmachen, aber zum Beispiel nicht, keine Ahnung, das Fitnessstudio oder eben doch. Diese ganzen Regelungen sind extrem kleinteilig, sie sind extrem unübersichtlich. Und dann hat man noch den Eindruck, diese Lockerungen sind vor allem ökonomisch oder ökonomisch begründet, also beruhen im Wesentlichen auf Lobbyismus von starken Wirtschaftsvertretern. Also das alles trägt nicht dazu bei, dass diese Regelungen noch weiter eben einen gewissen Normappell auslösen. Und dann hat man natürlich noch das Problem mit der schlechten Kommunikation, dass eben auch von offizieller Seite häufig nicht richtig kommuniziert wird, warum jetzt was noch gilt an Verboten und was nicht mehr gilt. Und wir haben in der vergangenen Folge, war es glaube ich, oder vor zwei Folgen, weiß nicht mehr genau ausführlich noch mal diskutiert, dass es ja auch, dass auch nie so richtig klar kommuniziert wurde, welche Strategie eigentlich verfolgt wird. Dass wir eben in Deutschland nicht diese Hammer-and-Dance-Strategie verfolgen, also ganz deutlich runterbringen, die Neuinfektionen, damit wir alle verfolgen können, sondern dass wir in Deutschland irgendwie so eine Art Mittelweg anpeilen, wo R gleich eins sein soll und wir so um die tausend Neuinfektionen bleiben. Aber diese Strategiediskussion wurde ja auch nicht geführt. Das heißt, wir haben neben dieser Kleinteiligkeit der Regelung auch noch so ein bisschen das Problem, dass niemand laut sagt, was eigentlich das Ziel dieses ganzen Projekts Corona-Eindämmung ist. Und da fällt mir dann immer so ein schönes Bild ein, von das angeblich schon aus der Antike stammt. Das verwendet inzwischen ein juristisches Repetitorium, so als Werbeslogan. Aber ich finde das in diesem Kontext ganz passend. Das soll angeblich aus dem Altertum, aus dem alten Rom schon stammen. Nämlich, wer den Hafen nicht kennt, für den ist kein Wind günstig. Man muss also einfach wissen, wo man eigentlich hinsegeln will. Sonst sind die anderen Umstände im Grunde auch nicht so wirklich. Genau, der Unterschied zwischen Strategie und Taktik. Wenn du nicht weißt, was deine Strategie ist, dann fällt es dir auch schwer, einzelne Maßnahmen abzuleiten und zu begründen. Ich will aber trotzdem dagegen halten, vielleicht, also sagen wir mal so, selbst wenn wir den Föderalismus weiter so in Schutz nehmen, wie wir es getan haben. Ich glaube aber, dass es natürlich viel, viel, auch wenn du recht hast, die Leute leben in einem Bundesland, vielleicht reisen sie mal in ein anderes oder so. Aber im Kern interessiert sie doch ein Bundesland. Und trotzdem glaube ich, dass es einen Unterschied machen würde, wenn in der Tagesschau, in den bundesweiten Medien ein Set an Regeln kommuniziert werden könnte. Das heißt nicht, dass das auch mit dem Föderalismus nicht geht. Es wäre sicherlich einfacher in diesem Prinzip, wenn das Gesundheitsministerium beschließt und festlegt und dann kommuniziert man das. Wäre vielleicht einfacher. Es heißt nicht, dass das nicht auch im Föderalismus geht. Und am Anfang, als es die Einschränkung galt zu legitimieren, hat das ja auch ganz gut funktioniert. Obwohl die Länder zuständig waren, formell, hat Merkel da ein konsistente Message bringen können. Und die hat sich in der Realität auch weitgehend so wieder gespiegelt. Wobei man immer dazu sagen muss, das war jetzt nicht Merkels Entscheidung. Im Gegenteil. Nein, Merkel hat im Grunde nur moderiert eine Runde der MinisterpräsidentInnen, die dann eben wiederum diese Entscheidung getroffen hat. An dem Punkt hat dieses Nebeneinander von Föderalismus und einer einheitlichen Message ganz gut funktioniert. In dieser Öffnungsphase, finde ich, funktioniert es überhaupt nicht. Es franzt gerade völlig aus. 0,0. Es gibt keine klare Linie mehr. Warum sind im Bundesland A die Biergärten wieder auf, im Bundesland B nicht? Das macht auch nichts. Und warum gibt es dann Fußball und nicht Eishockey? Und warum dürfen wir nicht Handball? Und so. Genau. Also wir haben wirklich, das muss man an dieser Stelle, glaube ich, der Politik vorwerfen, dass dieses klare Narrativ, es gibt eine extrem gefährliche Bedrohung, deswegen müssen wir jetzt alle zusammenstehen. Und deswegen müssen wir jetzt alle die Zähne zusammenbeißen. Und deswegen bleiben wir jetzt alle zu Hause. Also dieses klare Narrativ, das ist einfach verloren gegangen und es ist so ein Anything-goes eingekehrt. Und das ist im Grunde fast noch schlimmer als die Effekte der Lockerung. Wir haben uns in den letzten zwei, drei Folgen Sorgen gemacht, welche Effekte werden die Lockerung haben. Was wir jetzt aber schon sehen, sind, dass Ende April ganz offensichtlich die Infektionszahlen schon hochgegangen sind und dass die Mentalität der Menschen unmittelbar sich völlig falsch gewandelt hat. Und das finde ich extrem gefährlich. Und da gab es jetzt am Wochenende noch einen Artikel oder ein kleines Interview oder wie auch immer von seinem Forscher in Nature. Also Peter Pio, der ist Belgier. Pio wird der wahrscheinlich ausgesprochen. Ist jetzt Direktor der London School of Hygiene and Tropical Medicine. Also der forscht seit Jahrzehnten an Aids und Ebola herum. Ist auch Virologe. War jetzt selber Covid-19 infiziert, hat da in Nature ein bisschen was darüber erzählt. Aber der sagte halt, hat in Erinnerung gerufen, basierend auch auf seiner Erfahrung. A, wissen wir, das Ding ist zu Ende, wenn wir einen Impfstoff haben. Aber B eben auch, er sagt, es gibt immer noch die Option, dass wir keinen Impfstoff finden. Es gibt Viren, gegen die gibt es keinen Impfstoff. Siehe HIV. Siehe HIV zum Beispiel. Da gibt es ja jetzt gerade, wenn ich es richtig weiß, doch tatsächlich mal wieder Hoffnung, dass es einen Impfstoff geben könnte. Gut, Hoffnung. Aber wie gesagt, schon lange. Und natürlich ist es kein Coronavirus. Und natürlich sagt auch Christian Dorsten, es gibt ein paar hoffnungsvolle Impfstoff-Kandidaten. Aber es sind eben Kandidaten im Labor und nicht in der Klinik. Und so, also noch haben wir keinen. Und also das ist natürlich auch ein Setting, finde ich, was man immer noch mal im Hinterkopf behalten muss. Und ja, also vor diesem Hintergrund macht sich die Entwicklung nur noch etwas uneingenehmer bemerkbar. In diesem Kontext haben wir auch Mails und Kommentare bekommen. Ja, was ist denn jetzt hier mit der Impfpflicht angeblichen und den Immunitätspässen und dem, was die Bundesregierung plant? Und da, glaube ich, müssen wir noch mal ein bisschen was gerade ziehen. Da müssen wir noch mal ein bisschen ein paar Fakten nachliefern. Also wir haben ja über diese grundsätzliche Frage, soll man differenzieren danach, ob Menschen immun sind gegen Corona? Und wenn, wie finden wir das eigentlich raus mit der Immunität? Darüber haben wir ausführlich schon gesprochen in der Lage. Diese Diskussion gab es auch schon ein bisschen länger auf Twitter, schon seit Ende März spätestens. Und das hat irgendwann auch Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, aufgegriffen und hat vor etwa zehn Tagen, war es, glaube ich, oder vielleicht auch vor zwei Wochen schon, nämlich nicht mehr genau im Kopf, einen Gesetzentwurf vorgelegt. Im Kabinett. Im Kabinett, der ist auch beschlossen worden im Kabinett, interessanterweise. Ja, das ist also jetzt nicht nur so irgendwie mal, schaut mal, sondern das ist da sogar durchgewinkt worden. Interessanterweise war das allerdings kein formeller Gesetzentwurf der Bundesregierung, sondern diese ganzen Corona-Maßnahmen, die werden technisch typischerweise so durchgezogen, dass das Kabinett zwar einen Text billigt, der wird dann aber an den Bundestag geschickt als in Anführungsstrichen Formulierungshilfe. Das ist dann so eine Art Vorschlag an die Bundestagsfraktionen, die die Regierung tragen, das doch bitte mal als Fraktionsentwurf einzubringen. Denn das Grundgesetz sieht vor, dass ein Regierungsentwurf erst an den Bundesrat geht, bevor er dann in den Bundestag gehen kann. Und diese Schleife möchte man sparen. Deswegen beschließt die Bundesregierung jetzt immer Formulierungshilfen und die werden dann formal über die Fraktion in den Bundestag eingebracht. Damit sie dann nicht über den Bundesrat. Also wenn die Regierung was einbringen, muss es über den Bundesrat in den Bundestag. Und wenn der Bundestag aber selber Eigeninitiativ einen Formulierungsvorschlag der Regierung als Gesetzesvorschlag einbringt, dann spart man sich diese Runde. Das ist natürlich, kann man lange darüber streiten, wie legitim, dass nun so alles ist. Auf jeden Fall, das ist ein solchen Formulierungsvorschlag, oder so eine Formulierungshilfe hatte das Bundeskabinett beschlossen. Und die hatte zum Thema Immunität zwei Aspekte, zwei ganz spannende Aspekte. Zum einen gab es da einen Vorschlag für § 22 Infektionsschutzgesetz, nämlich eine sogenannte Impf- und Immunitätsdokumentation. Das sollte auf Deutsch dieser Immunitätsausweis sein. Da gab es also eine gesetzliche Grundlage dafür, dass zum Beispiel ÄrztInnen Menschen bescheinigen, dass sie nach menschlichem Ermessen immun sind gegen, zum Beispiel Corona. Und gestützt darauf gab es eine zweite Änderung in § 28 des Infektionsschutzgesetzes. Da sollte nämlich bei der Anordnung und Durchführung von Schutzmaßnahmen nach diesem § 28 in angemessener Weise berücksichtigt werden, ob und inwieweit eine Person, die eine bestimmte übertragbare Krankheit nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft wegen eines bestehenden Schutzes nicht mehr übertragen kann, tatsächlich ausgenommen werden kann. Die sollten kurz normal behandelt werden. Genau, das war so ein bisschen der Gedanke. Das heißt unter Umständen keine Beschränkung mehr für Immune. Ganz wichtig dazu, dabei handelt es sich natürlich nicht um Privilegien, sondern die werden halt einfach nur normal behandelt, während die Menschen, die sich noch infizieren können, möglicherweise, das erleben wir ja alle heute, von Beschränkungen besorfen sind. Aber letzte Woche wurde diese Passage dann aus diesem Entwurf gestrichen. Jens Spahn hat das getwittert. Die Frage, ob im Falle von Corona, schreibt er, zusätzlich ein Immunitätsausweis sinnvoll ist, sollten wir als Gesellschaft in Ruhe abwägen und debattieren. Deshalb habe ich dem Deutschen Ethikrat um eine Stellungnahme gebeten. Dieser laufende Debatte wollen wir nicht vorgreifen und regeln dazu vorerst gesetzlich nichts. Das heißt, diese beiden Vorschläge, die wir gerade vorgestellt haben, sind inzwischen schon wieder vom Tisch. Jens Spahn sagt, Ethikrat soll was dazu sagen. Denn wir hatten ja in der Lage auch schon ausführlich darüber gesprochen und dargestellt, wie komplex das Thema ist. Deswegen macht es im Grundsatz ja auch Sinn. Erst mal Debatte. Kann sein, dass das wieder so eingebracht wird. Wir wissen es nicht. Erst mal ist das jedenfalls von der politischen Tagesordnung auf Wiedervorlagen. Aber diese Tatsache hat Impfgegner und Corona-Skeptiker nicht davon abgehalten, diese beiden Vorschläge von Jens Spahn, also Immunitätsdokumentation und darauf gestützt, möglicherweise weniger Beschränkungen für Immune zuzuspitzen. Nämlich zu der These, es gebe Pläne für einen Immunitätsdokumentation. Aber wie drehen die das denn? Genau, und das muss man deutlich sagen. Deswegen machen wir das so ausführlich. Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie Fake News auf YouTube oder auf WhatsApp oder sonst wo funktionieren. Wie gesagt, man kann das nicht anders bezeichnen als als Fake News. Denn von Impfungen oder Impfzwang war überhaupt nicht die Rede. Es war nur Dokumentation. Wenn du geimpft bist, steht das in deinem Ausweis. Genau, es geht nur und auch nicht in deinen Ausweis. In diesem Dokument. Es ging nur um eine Ausnahme von Beschränkungen für Immune. Klar, das kann sich natürlich vorteilhaft auswirken. Natürlich gäbe es dann Vorteile für Immune. Und natürlich würden diese Vorteile gegebenenfalls irgendwann auch mal geimpfte Menschen erfassen. Denn der ganze Sinn einer Impfung ist ja, dass man immun wird. Deswegen macht man das ja. Aber das war nun gerade kein Zwang zur Impfung. Sondern ganz im Gegenteil, das wäre allenfalls, wenn man so will, ein Anreiz gewesen, sich impfen zu lassen. Ja, und insofern ist diese ganze Diskussion um einen Impfzwang von vornherein schlicht eine Nebelkerze gewesen. Was aber nichts daran geändert hat, dass es im Internet eine Riesenaufregung gab. Und wie gesagt, wir haben auch als Kommentare zur Lage, ich weiß nicht, wie viele Mails bekommen. Und auch Kommentare bei uns auf der Internetseite von Menschen, die sich vor einem Impfzwang gegruselt haben. Wir haben bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte, ich weiß nicht, wie viele Mails bekommen. Also ganz an dieses Narrativ, es droht ein Impfzwang, hat die Leute unglaublich getriggert. Und es war von Anfang bis Ende Fake News. Ganz abgesehen davon können wir noch mal anknüpfen an eine Lage, die inzwischen etwa ein Jahr alt ist oder 13 Monate genau genommen, wo wir uns diese Thematik Zwang zur Impfung mal ganz ausführlich angesehen haben, Philipp. Du erinnerst dich, Stichwort Masern. Ganz abgesehen von diesem akuten Thema, von diesem akuten Faktum, dass es gar keinen Impfzwang gab oder gar keine Diskussion um einen Impfzwang im Kontext Corona, wäre so ein Zwang zur Impfung gar nicht unbedingt rechtlich ein Problem. Also natürlich, Voraussetzung ist ein sicherer und ein wirksamer Impfstoff. Aber dann kann eine solche verpflichtende Impfung aus verfassungsrechtlicher Perspektive durchaus vertretbar sein. Wie gesagt, das haben wir am Beispiel der Masern vor 13 Monaten ganz ausführlich erläutert. Genauer in der Lage der Nation Nummer 136 vom 5. April haben wir verlinkt in den Shownotes. Wer sich also für dieses rechtliche Problem interessiert, der kann das sich noch mal in Ruhe anhören. Naja gut, also ich meine, ich verstehe schon die Hirnwindung von diesen Leuten, dass sie sagen, das ist ja so eine Art, man könnte das ja so, also es gäbe, es ist ja jetzt erstmal weg, aber wenn das denn so käme in der Art, dann gäbe es natürlich, sagen wir mal, hättest du unter Umständen Vorteile, wenn du geimpft bist. Ja, das ist klar, aber das ist kein Impfzwang. Das ist kein Impfzwang, sondern es ist allenfalls so eine Art Anreiz, Nudging oder sowas. Aber Zwang würde ja heißen, du musst und sonst drohen dir Sanktionen und so weiter. Genau, und deswegen muss man so deutlich sagen, das sind Fake News, das ist schlicht und ergreifend irreführend. Und trotzdem hat das Tausende von Menschen, wahrscheinlich waren es eher Millionen von Menschen, irgendwie aufgeregt, wir sollen jetzt zwangsweise geimpft werden. Wie gesagt, und das ist aus zweierlei Perspektive Quatsch. Zum einen gab es die Diskussion nicht und zum zweiten, wo wäre das Problem eines solchen Impfzwangs? Also wie gesagt, rechtlich jedenfalls wäre das möglich, natürlich unter bestimmten Voraussetzungen. Da muss man natürlich immer abwägen, was sind quasi die Risiken der Impfung? Man bräuchte also einen gut verträglichen Impfstoff und so. Und das muss man den Impfstoff erst mal kennen. Genau, das ist ja alles totale Zukunftsmusik. Aber jetzt mal gesetzt den Fall, es gäbe einen sicheren Impfstoff, hätte ich persönlich mit einem solchen Impfzwang überhaupt kein Problem. Denn das wäre wieder ein typischer Fall dafür, dass innerhalb einer Gesellschaft auch Solidarität eingefordert werden muss. Bei den Masern-Impfungen damals war es die Solidarität mit den kleinen Babys, die noch nicht geimpft werden können, die noch nicht immun gemacht werden können. Die brauchen Herdenimmunität, denn wenn sie sich Masern einfangen, haben sie unter Umständen schwerste Schäden. Im Falle Corona wäre es die Solidarität mit den älteren Menschen oder den Menschen, die Asthma haben. Das vergisst man ja immer. Also AsthmatikerInnen sind ja auch eine Risikogruppe. Und man kann auch mit 10 oder mit 20 Jahren oder mit Mitte 30 AsthmatikerInnen sein. Insofern muss man schon deutlich sagen, gibt es da einfach ganz deutlich wieder die Frage nach der Solidarität. Und das ist hier auch ein interessanter Fall für so eine Art Reaktion auf so Aufregungswellen, dass man einmal kurz innehält und das angeblich skandalisierte Faktum, Impfzwang, mal durchdenkt und sagt, ist das denn so ein Problem? Wäre das denn so ein Problem? Selbst wenn es so wäre. Genau, das sind so die zwei Fragen, die man stellen muss. A, ist es überhaupt so? Und B, ist es ein Problem? Wäre es wirklich ein Problem, über das man quasi zur Staatskrise aufrufen muss? Viele dieser Leute, die sich darüber aufregen, die haben sich in dieser Woche wieder mal auf ein paar Demos versammelt. Das ist wirklich ein interessantes Phänomen, was uns da die Corona-Pandemie auf die Straßen gespült hat. Also in Berlin am Alex, an der Volksbühne Reichstag. Da haben sich, genaue Zahlen ist ja immer ein bisschen schwierig, aber sagen wir mal mehrere hunderte bis gut tausend Leute versammelt. In München auf dem Marienplatz waren es angeblich 3000 Leute. In Stuttgart waren es auch mehrere tausend Leute, die sich versammelt haben. Ich meine, wir haben das Demonstrationsrecht in der Lage hier natürlich auch verteidigt. Aber selbstverständlich. Und das ist auch ein wichtiges Grundrecht. Aber wir haben eben auch, wir haben uns vor allem dagegen ausgesprochen, dass der Staat es einfach per se generell abschafft und dafür geworben, dass es unter Auflagen möglich sein muss, auf die Straße zu gehen. Und das haben einige Kommunen auch getan. Die haben Auflagen erteilt und bestimmte Obergrenzen gesetzt. Und so kam es halt zu diesen Demonstrationen. Und das Interessante an diesen Demonstrationen ist halt, dass das so eine wirklich eine krude Mischung aus Demonstranten und Demonstrantinnen ist, die sich da zusammengefunden hat, glaube ich, die wir so in dieser Zusammensetzung in der Bundesrepublik noch nicht gesehen haben. Also das sind Rechtsextreme, Linksextreme, Impfgegner und Gegnerinnen, Gegnerinnen von Maskenpflicht. Wie heißen die Reichsbürger? Ja, dann aber auch so Leute wie Thomas Kemmerich von der FDP in Thüringen. Der da mal Ministerpräsident kurz mal war. Dann auch ein Referent aus dem Bundesinnenministerium, der auch mit so einem eigenen 80-Seiten-Paper aufgefallen ist, in dem er Corona als globalen Fehlalarm bezeichnet. Solche Leute sind da aufgeschlagen. Was haben wir denn da bitte für Beamte? Verschwörungstheoretiker. Natürlich hier Ken Jebsen von KenFM war auch da, hat kürzlich ein Video gedreht. Man muss das mal vorlesen, weil das glauben die Leute. Er hat in dem Video erklärt, der Corona, dass eine von Bill Gates initiierte Verschwörung hinter dem Coronavirus stecken würde. Was hat Bill Gates jetzt für ein Problem? Mit dem Ziel, eine Zwangsimpfung veranlassen zu lassen. Zwangsimpfung. Warum? Ja. Wahrscheinlich verdient die, ich weiß es nicht. Also Bill Gates hat ja seine Stiftung. Du bist ja nicht der reichste Mensch der Welt. Ohnehin hat er nicht Kohle ohne Ende. Ich glaube, wenn ein Mensch auf dieser Welt nun ganz bestimmt kein Geld mehr verdienen muss, auch nicht mit Zwangsimpfungen, dann ist es Bill Gates. Denn was der Mann den ganzen Tag macht, ist Geld ausgeben, um keine Ahnung, gegen Infektionskrankheiten auf der ganzen Welt zu kämpfen. Sein Geld aus seiner eigenen Bill- und Melinda-Gates-Stiftung. Und dann muss man sich natürlich ganz ehrlich mal die Frage stellen, wenn es denn wirklich so eine geheime Verschwörung wäre, wieso haben es nun ausgerechnet 3000 Vollpfosten auf dem Marienplatz erkannt? Ja, dann ist er nicht so ganz weit her mit der geheimen Verschwörung. Ja, also wahrscheinlich würden die das auch nicht alle unterschreiben. Aber sie stellen sich halt alle unter diesen Schirm. Und da kann man allen Leuten, die sagen, ja, ja, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, nur sagen, dann geht da nicht hin. Ja, genau. Das gilt für alle. Also wenn ihr, wenn das Ding, wenn ihr nicht mit, wenn ihr sagt, ihr seid keine Nazis, dann geht nicht zu Nazi-Demos. Genau, und auch nicht zu einer Ausländer-Raus-Demos. Oder sorgt irgendwie dafür, dass da keine Nazis auflaufen. Man kann ja in beide Richtungen gehen. Man kann ja so eine Veranstaltung machen und dafür sorgen, dass da keine Nazis auflaufen. Aber wenn da Nazis rumlaufen und ihr euch in die dritte Reihe stellt, ja, dann macht ihr euch mit dem Anliegen zum Teil gemein. Ja, selbstverständlich. Und wenn man merkt, man kann die Nazis nicht ausschießen von der Demo, dann muss man als Veranstalter in eben die Demo auflösen. So einfach ist das. Also man kann jedenfalls nicht aus Versehen quasi oder sehenden Auges eine Nazi-Demo oder eine Teil-Nazi-Demo laufen lassen. Und genauso ist es hier eben auch. Also ich glaube, das ist einfach nur noch erschütternd, was da so auf die Straße getragen wird. Und wobei ich persönlich das Problem nicht darin sehe, dass es auf die Straße getragen wird, sondern das finde ich vielleicht so als quasi Indikator, dass wir ein Problem haben, noch ganz wertvoll. Das eigentliche Problem ist, dass es ganz offensichtlich Menschen gibt, die derart verdreht denken, Philipp. Ja, die so verdreht denken und vor allen Dingen die auch natürlich epidemiologisch den aktuell größtmöglichen Fauxpas begehen, den man begehen kann. Nämlich eine Massenveranstaltung. Eine Massenveranstaltung. Da wurde dann noch behauptet, in Stuttgart sei der Mindestabstand eingehalten worden. Ich glaube, von Berlin und München kann man das nicht unbedingt sagen. Der Marienplatz war packed. Da waren viele ohne Masken und so. Also das ist natürlich eine Superspreader-Demo da gewesen. Da ist Karneval wahrscheinlich ein Witz dagegen. Hör auf, also Karneval muss man sagen, ist schon krass. Ich habe mir vor einigen Jahren mal im Kölner Karneval die erste echte Virusgrippe meines Lebens eingefangen. Und ich kann dazu nur ganz ehrlich sagen, no kidding, Philipp. Ja, also das, insofern wundert mich das auch überhaupt nicht, dass Ende Februar, Anfang März in Nordrhein-Westfalen so die ersten harten Corona-Ausbrüche waren. Weil Karneval ist einfach, was Infektionsgeschehen angeht, der Horror. Das ist einzigartig. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, wir sind 85 Millionen Deutsche, viele davon Kinder, 60 Millionen Erwachsene vielleicht. Da gehen halt ein paar Tausend auf die Straße nach so einschneidenden Maßnahmen in so einer Ausnahmesituation. Aber ich glaube, was man da eben auf der Straße sieht, ist nur die Spitze des Eisbergs. Ja, also ich würde vor allem mal sagen, wenn man auf die Straße geht und sagt, wir fordern eine andere Verhältnismäßigkeitsprüfung. D'accord. Ja? Kann man machen. Schön knackiger Slogan. Schön knackiger. Okay. Auf Transbiet. Okay, war ein bisschen nerdig vielleicht. Andere Verhältnismäßigkeitsprüfung. Okay, du hast ja recht. Philipp, also das war vielleicht jetzt ein bisschen nerdig. Da müsste man nochmal so einen Sloganbastler drüber gucken lassen. Aber du weißt, was ich meine. Wenn man jetzt sagt, wir wollen eine andere Abwägung. Wir wollen mehr Lockerungen in den Schulen und mehr Lockerungen in den Kitas. Und dafür soll die Malls zugemacht werden. Irgendwie so rational begründbare Forderung. Aber irgendwie Corona ist eine Verschwörung. Corona gibt es nicht. Corona ist von Bill Gates erfunden. Für sowas auf die Straße geht es. Da fragt man sich wirklich, was haben die Leute geraucht? Aber ist das nicht Meinungsfreiheit? Also ich finde zunächst mal, du hast ja eben, dann bleiben wir bei dem Punkt, den du vorher aufgemacht hast. Du hast gesagt, es sind nur ein paar tausend, Philipp. Also das tröstet mich nicht so wirklich, weil diese paar tausend eben leider Gottes sehr, sehr laut sind. Die sind nicht nur laut, wenn sie auf die Straße gehen. Die sind vor allem auch digital ziemlich laut. Die verbreiten ihren Käse nämlich den ganzen Zeit in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen, Telegram-Gruppen und auf YouTube weiter. Mit anderen Worten, man muss schon davon ausgehen, dass diese Tausende weitere Zehntausende oder wenn nicht Hunderttausende mit ihren schrägen Ideen beeinflussen. Das sehen wir ja auch in den Lagekommentaren. Wie gesagt, ich bin da ja quasi an der Front bei uns, weil ich das immer lese. Also bei wie vielen Leuten man so unterschwellig merkt, dass sie diesen Kappes zumindest mal gelesen haben, da wird einem schon ganz anders. Und auch aus dem privaten Umfeld übrigens. Echt? Ja, ja, wo du echt so bei Leuten denkst, die sagen dann nicht, ja, Ken Jebsen hat recht, sondern hey, ist das nicht was und ist da nicht was dran und ich weiß nicht. Genau, dieses Zweifeln, dieses Orakel. Zweifel gesät, ich weiß nicht und so. Also das ist schon, der Virus, der frisst sich da auch ziemlich weit voran. Und die nächste Frage ist natürlich jetzt, was die Demos angeht, ja, ist es nicht meinungsfrei? Kann man nicht sagen, ja, also ich finde epidemiologisch ist das total verantwortungslos, was die machen. Das ist, finde ich, fast mit nichts zu rechtfertigen, so in so einer Lage wie jetzt solche Großveranstaltungen zu machen. Aber selbst wenn man sagen würde, okay, wir begrenzen das auf 100, machen da Mindestabstand und halten transparent und so, kann man dann nicht sagen. Wäre ganz einfach, jeder hat einen Zollstock dabei, klappt den auf 1,60 aus und guckt, dass er den Abstand hält. Das wäre ja theoretisch einfach möglich. Oder hängt sich irgendwie so ein Hula-Hoop-Reifen auf dem Kopf und der hängt dann so um den Körper rum. Irgendwie sowas lässt sich ja machen. Oder auch schöne Bilder in der Tagesschau. Ja, oder diese wunderschönen Netze, kennt ihr die von Imkern? Ja, die haben doch auch so ein Hula-Hoop-Reifen auf dem Kopf und dann hängt da so ein Bienennetz runter. Wenn man das jetzt mal so ein bisschen hoch skaliert auf 1,50 im Durchmesser, dann hat man auch schon den Mindestabstand eingehalten. Wenn es klackert am Ende des Rings, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Genau. Also jedenfalls, dann könnte man ja immer noch sagen, ja gut, okay, lass sie halt reden. Ist das nicht Meinungsfreiheit? Genau. Und das ist, finde ich, die ganz zentrale Frage. Meinungsfreiheit grundsätzlich natürlich schon. Man darf aber nicht vergessen, was ist denn überhaupt eine Meinung? Meinungen kann man eigentlich nur haben zu Fragen, über die man überhaupt sinnvoll unterschiedlicher Meinung sein kann. Und spätestens da ist das Ende der Meinungsfreiheit erreicht, wo es eben gerade nicht mehr um meinen und dafür halten geht, sondern wo es um Tatsachen geht. Jetzt mal auf den Punkt gebracht, man kann nicht sinnvoll darüber streiten, man kann nicht sinnvoll mehrere Meinungen haben zu der Frage, ob zwei und zwei fünf gibt. Das ist halt einfach falsch, das hat nichts mehr mit Meinungsfreiheit zu tun. Genauso kann man nicht sinnvoll darüber streiten, ob Bill Gates möglicherweise das Coronavirus erfunden hat. Das ist einfach derselbe Kappes, das muss man einfach deutlich sagen, dafür spricht nichts. Das ist in derselben Weise Unsinn. Und insofern denke ich, muss man, glaube ich, bei Verschwörungstheorien immer sehr, sehr vorsichtig sein oder bei diesen ganzen alternativen Fakten, die so geschildert werden, geht es da wirklich überhaupt noch um Meinungsfreiheit? Also geht es darum, eine These zu vertreten, diese These zu begründen und dann mit Argumenten dafür zu streiten? Oder geht es da einfach letztlich nur noch darum, Menschen in die Irre zu führen? Also insofern dieses Argument Meinungsfreiheit ist aus meiner Sicht in diesem Kontext zumindest problematisch. Also ich fand, also das Spezielle daran ist ja auch, dass es diese obskure Mischung gibt. Ich glaube viele, die das, also es gibt sicherlich bei diesen Demonstrationen auch einige, die finden, dass angesichts der Unsicherheiten bei der Corona-Forschung die Maßnahmen unangemessen sind. Also Sachen, wo man irgendwie veritabel drüber streiten kann. Genau, das ist natürlich eine Meinungsfreiheit. Genau, das ist eine Meinungsfreiheit. Nur würde ich sagen, dann darf man halt nicht zu diesen Demos gehen, wenn diese Leute da rumlaufen. Und was ich aber auch noch ganz, also ein Gedanken, den ich hier gerne mal zur Verfügung stehe. Da muss man halt die Verhältnismäßigkeitsdemo machen. Genau, aber ein Gedanken, den ich euch nochmal vorsetzen wollte, das war so ein bisschen die Frage, wie kommt denn das jetzt? Und da ist mir so ein Interview eingefallen, was ich mal mit Matthias Quent gemacht habe, so einem Rechtsextremismusforscher. Und seine These ist, das völkisch-nationale Denken, Rechtsextremismus ist jetzt in den letzten Jahren, hat nicht zugenommen in der Gesellschaft. Es hat eher abgenommen, es ist nur deutlich sichtbarer geworden und zwar aus und hörbarer und wahrnehmbarer geworden, so ist seine These, weil es sich hierbei um ein Rückzugsgefecht der völkisch-nationalen handelt. Weil die Gesellschaft insgesamt in den letzten Jahrzehnten viel liberaler, viel egalitärer geworden ist und sie halt ihre Hierarchien und angestammten Privilegien davon schwimmen sehen. Und deshalb so eine Art letztes Rückzugsgefecht fechten, weil sie sich auf dem Weg nach draußen sehen als völkisch-nationale Fraktion. Und ich habe mich gefragt, ob wir das nicht hier auch in so einer Art Wissenschaftsdimension erleben. Ob diese Leute, diese Verschwörungstheoretiker, diese Leute, die an wirklich widerlegbaren Unsinn glauben und das für richtig halten, hier auch auf eine Art Rückzugsgefecht sind. In einer Phase, wo Wissenschaft, Politik so sehr beeinflusst hat und Wissenschaft so wichtig geworden ist und so eine wichtige Rolle spielt, wie es das wahrscheinlich selten zuvor war. Und dass die auch jetzt so eine Art Rückzugsgefecht fechten, weil sie merken, unsere Gesellschaft wird unterm Strich faktenbasierter, wissenschaftlicher, besser erforscht. Und dass sie da jetzt denken, so kann es nicht weitergehen und jetzt müssen wir auf die Straße. Ja, ich weiß es nicht. Ich versuche es mir nur zu erklären, wie das kommt. Ja, also ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Dazu ist ja jetzt auch gerade quasi ein Buch im Anmarsch. Philipp, ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, in den verschiedenen sozialen Medien von Katharina Nokun. Die als Katascha unterwegs ist in sozialen Netzen, die hat ja gerade mit einer Co-Autorin ein Buch geschrieben darüber, wie Fake News zustande kommen. Und das ist jetzt noch nicht da, das kommt aber bald und ich denke, da schauen wir mal rein. Und das stürmt interessanterweise jetzt schon die Bestsellerlisten ganz bemerkenswert. Ja, das ist ja, das musst du so vermarkten, du musst es vorher verkaufen, damit beim ersten Tag maximal Exemplare. Du bist in den Top Ten und dann verkauft sich das irgendwie von selber. Das ist wie so ein Motor, wie so ein Diesel, den du einmal so anpushen musst, bis er dann von selber lebt. Na gut, auf jeden Fall würde ich aber schon sagen, ist es halt einfach ein Thema, das total aktuell ist. Insofern, ich persönlich bin sehr gespannt auf das Buch. Vielleicht sprechen wir noch mal mit ihr in der Lage. Absolut. Okay, aber jedenfalls, was nämlich so gefährlich ist an dieser ganzen Diskussion, ist diese, ist glaube ich, diese unterschwellige Wissenschaftsfeindlichkeit. Diese offene Ablehnung gegenüber der rationalen Suche nach Wahrheit. Diese, aus meiner Sicht, völlig bizarre Sympathie für obskure Experten auf YouTube. Ja, das ist aus meiner Sicht alles völlig bizarr. 5G für Corona. Weißt du? 5G ist für Corona-Fahnen. Ja, und weißt du, also ich habe wirklich das Gefühl, wir sind hier ein Stück weit auf dem Weg ins Mittelalter. Und das ist völlig bizarr. Wir leben in einer Zeit, in der das Wissen der Welt so einfach verfügbar ist wie noch nie. Man muss nicht mehr in die Bibliothek gehen und in Pergamenten wühlen, was man ja als Durchschnittsmensch überhaupt nicht konnte, vor 500 Jahren einfach mal in irgendeine Bibliothek gehen. Man muss das auch nicht mehr. Man kann heute mit einem kleinen iPhone, kann man mal eben gucken, was der Stand der Wissenschaft ist. Das hat man quasi überall auf der Welt, sofern es Mobilfunkabdeckungen gibt, quasi at your fingertips. Einmal auf deinem Smartscreen rumgetippt und schon weißt du, was Phase ist. Und gleichwohl entwickelt sich die Menschheit so nach meiner Wahrnehmung weiter weg von wissenschaftlichem Denken. Es gibt immer mehr Menschen, es gibt immer mehr Menschen, die anfangen rumzuspinnen, die sich irgendwie, oder jedenfalls werden die immer lauter, ob es wirklich sich zahlen, ob es, ne, auf jeden Fall immer sichtbarer werden die Menschen, die sich eben nicht mehr rational verhalten, die sich in diesen Verschwörungstheorien verlaufen. Und zum Beispiel in Großbritannien, du hast es gerade schon angeteasert, Philipp, in Großbritannien gibt es zurzeit eine Welle, die mich wirklich zur Verzweiflung treibt. Dort werden nämlich jetzt massenweise Mobilfunkmasten angesteckt, abgefackelt. Und zwar nicht nur ein, zwei oder so, sondern inzwischen sind es knapp 100 Mobilfunkmasten, die abgefackelt werden. Warum? Weil Verschwörungstheoretiker glauben, dass Mobilfunkmasken, Masten, Mobilfunktechnologie Corona auslöst. Ja, das muss man sich mal reintun, ja, Mobilfunk löst Corona aus und deswegen werden die angesteckt. Also mal ganz ehrlich, das ist, das ist ja im Grunde so eine Art rituelle Verbrennung, ja, und das erinnert mich fatal an Hexenverbrennung aus dem Mittelalter. Das ist so, das ist so verrückt und insofern kann man... Wobei da Menschen verbrannt wurden und keine... Ja, natürlich, aber das Symbol ist doch dasselbe. Ich zünde irgendetwas an, weil ich davor eine, davor eine völlig irrationale Angst habe. Natürlich hatten Hexenverbrennung noch ganz viele andere Aspekte, natürlich hat jeder Vergleich sein Ende. Das hatte natürlich auch was mit Frauenfeindlichkeit zu tun, das hatte natürlich auch was mit patriarchalem Herrschaftsanspruch zu tun und so weiter. Gegenüber unangepassten Frauen, wissen wir alles, ist ein breites Feld. Aber was ich sagen wollte, ist, der Impuls ist derselbe. Ich habe da vor irgendetwas völlig irrationale Ängste, ja, ob nun vor Frauen oder vor irgendeiner Technologie und deswegen fackel ich die ab. Ja, ich glaube, was ich vermute, was den Leuten, die sind, glaube ich, was den zu schaffen macht, ist, die haben keine Mechanismen, glaube ich, oder schlechte Mechanismen, mit offenen Fragen und Komplexität umzugehen. Sondern sie können das halt wenig stehen lassen, sondern versuchen dann, auf alles Mögliche sich Antworten zu geben, kombiniert mit einem Impuls, nicht im Mainstream zu schwimmen, sondern sich besonders zu fühlen. Weil man halt jetzt die Weisheit erkannt hat und die Erklärung für Probleme, für die andere keine Erklärung haben. Und genau, aber ich finde es gut, dass du dich nochmal korrigiert hast. Ich weiß nämlich nicht, ob es mehr werden, also von den Verschwörungsthörern, was aber klar ist, dass sie, glaube ich, lauter werden. Und sichtbarer. Und sichtbarer. Und aggressiver. Und aggressiver. Und da wird es nämlich jetzt richtig dramatisch. Wir haben da nochmal nachgeschaut, was für interessante Blüten nämlich solche Demos auch treiben können. Genau, also wir haben die Demos und diese ganze, sagen wir mal, diese eskalierende Stimmung und diese Zuspitzung der Stimmung, die zeigt sich halt auch, nicht nur, aber eben auch in Angriffen auf Journalisten. Und ich habe gerade nochmal mit Christian Mier telefoniert von Reporter ohne Grenzen, einem Verein, der sich für Pressefreiheit und die Anliegen von Journalisten und Journalisten einsetzt. Und die werden in dieser Woche wohl einige Zahlen nochmal präsentieren. Wie viel Gewalt hat es denn gegen Journalisten und Journalisten gegeben und wie wird es geben? Und Christian Mier sagt, Ihnen würde das nicht überraschen, wenn am Jahresende wieder eine Zunahme von Gewalt gegen Journalisten und Journalisten zu verzeichnen wäre. Er sagt, die Mobilisierung gegen Journalisten und Journalisten sei nicht zufällig, sondern gesteuert und es sei tendenziell mehr von rechts initiiert. Da fällt einem natürlich auch gleich der Angriff auf das Team von der Heute-Show ein vom 1. Mai, fast zwei Wochen her. Da haben so ungefähr 15 Menschen ein siebenköpfiges Team angegriffen, was in der Nähe vom Alexanderplatz im Auftrag der Heute-Show unterwegs war. Kameramann, Kamerassistent und eben auch Security-Mitarbeiter, die wurden … Das heißt, die hatten schon Security-Leute dabei. Ja, die hatten schon drei Leute dabei, drei Security-Leute dabei und die wurden halt so deren Darstellung mehr oder weniger aus dem Nichts von ungefähr 15 Leuten angegriffen, schwer verletzt, im Krankenhaus gewesen mittlerweile wieder raus. Und da ist so ein bisschen die Frage, woher kamen die jetzt? Linkes Spektrum ist so das Narrativ, die Welt sagt und die Polizei sagt, ja, also wir ermitteln da in diese Richtung. Einige dieser Leute sind schon bekannt als dem linken Spektrum angehörig. Die Taz hat danach recherchiert und gesagt, ganz so einfach ist es wohl nicht. Die Ermittlungen laufen, die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und die Ermittlungen werden durchgeführt vom Staatsschutz mittlerweile, wurden die übernommen. Und da muss man jetzt mal sehen, wie das da läuft. Tatsache ist, das Kamerateam wurde angegriffen, auch bei der Demo in Dortmund hat es Angriffe auf einen Journalisten, eine Journalistin gegeben und in München wurde auch einer Kollegin, glaube ich, oder einem Kollegen, das weiß ich gerade nicht, das Mikro aus der Hand geschlagen. Also auch im Kontext dieser Demos gibt es mehr Angriffe und Christian Mier, der war am Wochenende von Reporter ohne Grenzen auch in Berlin unterwegs, hat sich da also einen persönlichen Eindruck mal verschafft und er hat folgende Beobachtung gemacht. Insgesamt habe ich den Eindruck, dass auf vielen dieser Kundgebungen, wo gerade ja eine sehr krude Mischung von verschiedenen milieuspolitischen Richtungen vorhanden ist, dass dort ein roter Faden ist und dieser rote Faden ist ein geballtes Medienmisstrauen. Und in den vergangenen Jahren haben wir immer wieder beobachtet, dass geballtes Medienmisstrauen auch in reale Gewalt umschlägt. Wir haben immer einen Schwerpunkt gehabt von rechter Gewalt, das heißt aber nicht, dass wir nicht auch linke Gewalt gepaart mit Medienmisstrauen in vergangenen Jahren registriert hätten. Und wie gesagt, er war da unterwegs und hat auch beobachtet, wie die Polizei sich verhält und er sagt, zumindest in Berlin hätte die Polizei einen ganz guten Job gemacht. Insgesamt haben wir auch bei den Kundgebungen, die aktuell stattfinden in vielen Bundesländern den Eindruck, dass die Polizeien versuchen, die Rechte von Journalistinnen und Journalisten zu schützen. Selbst wenn natürlich eine absolute Sicherheit, so traurig das ist, es leider nicht gibt. Auf viele Demonstrationen kann man theoretisch eigentlich nur noch mit Security-Schutz gehen und das ist auch eine Kostenfrage, aber auch Security schützt am Ende nicht vor Gewalt. Ja und außerdem ist das ja auch eine bedenkliche quasi Privatisierung des Schutzes, wenn man jetzt schon im öffentlichen Raum sich seine eigene Security mitbringen muss. Du musst dir auch mal vorstellen, also ich bin jahrelang auf irgendwelche Demos gelaufen, ich bin nicht im Traum auf die Idee gekommen, ich war auch am 1. Mai und so, ich bin im Traum nicht auf die Idee gekommen, mir irgendwie, außer du wirst halt aus Versehen von einem Stein getroffen, das kann dir immer passieren, aber gezieltes Objekt von Angriffen zu sein in Deutschland auf Demos? Das ist schon wirklich hart und da muss man einfach sagen, eigentlich ist genau das natürlich Aufgabe der Polizei, da gab es gerade aus Kreisen der Presse immer wieder auch Kritik, dass die Polizei nicht engagiert genug was tue. Auch wir haben das kritisiert. Stichwort der Wutbürger in Dresden, sie haben mich ins Gesicht gefilmt, da war ja zum Beispiel die Polizei dabei und hat, wie man sieht, überhaupt nicht eingegriffen. Also da, wenn ich mich richtig erinnere, war doch die Polizei irgendwie dabei, oder? Ja. Oder die haben es angezeigt und die Polizei nichts gemacht hat? Nee, 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 das war im unmittelbaren, im unmittelbaren, wie sagt man, Umfeld der Polizei, da war der Reporter und dann war die Polizei da und dann kam der Typ und hat dieser Mensch, der sich dann als Mitarbeiter des Landeskriminalamts, sagt man glaube ich, was rausstellt. Aber der war ja nicht erkennbar als solche. Nee, war nicht erkennbar als solche, aber genau, also bei der Pöbelei war die Polizei stand die daneben und hat die Journalisten da nicht angemessen verteidigt und auch das haben wir ja auch kritisiert, dass es da speziell in der sächsischen Polizei, aber auch in anderen Polizeien irgendwie an Kultur fehlt. Und da muss man sagen, sagt Christian mir, diese Kritik, die wurde offensichtlich gehört, da gibt es Licht am Ende des Tunnels. Insgesamt haben wir den Eindruck, dass die Polizei in verschiedenen Bundesländern, in Sachsen, in Brandenburg und auch in Nordrhein-Westfalen insbesondere, durchaus eine Lernkurve hingelegt haben. Wir wissen, dass in diesen Bundesländern es mittlerweile den Themenkomplex Rechte und Pflichten von Medienvertretern stärker in die Aus- und Weiterbildung von Beamtinnen und Beamten integriert wurde und die Polizeien damit auch Forderungen von Reporter ohne Grenzen entsprochen haben, die wir auch in Gesprächen immer wieder vorgebracht haben, so wie auch andere. Ja, das finde ich ist in der Tat eine sehr schöne Entwicklung, also in der doch eigentlich ja sehr unschönen Entwicklung, dass es immer mehr Aggressivität gibt, finde ich es doch schön zu sehen, dass da auf der anderen Seite die Polizei doch versucht, quasi aktiv sich schützend vor die Presse zu stellen. Ja, wir haben noch eine kleine Feedback-Runde und zwar zu unserem Karlsruhe-Teil in der vergangenen Woche, wo wir ausführlicher, oder vor ein paar Tagen ehrlich gesagt, wo wir ausführlich berichtet haben über die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in Sachen PSPP, also Public Service Purchase Program. Da gab es zum einen sehr viel freundliches Feedback oder nettes Feedback, dass euch diese Berichterstattung gefallen hat, vielen, vielen Dank dafür. Aber es gab eben auch Kritik von einem Ökonom zum Beispiel? Ja, ganz genau und die möchten wir einfach kurz vorstellen, weil wir das nicht anders gesagt haben, aber es konnte man so ein bisschen falsch verstehen. Also er hat Wert darauf gelegt, auf die Feststellung, dass eben Anleihen nicht nur von Krisenstaaten gekauft werden durch die EZB, sondern dass die nach einem festen Kapitalschlüssel, quasi nach den Anteilen an der Europäischen Zentralbank gekauft werden. Das stimmt auch, wir haben das mal nachgeschaut. Die EZB sagt auf ihrer Homepage, dieser Schlüssel für den Ankauf entspricht den Anteilen, die die Zentralbanken der Euro-Staaten am EZB-Kapital haben. Und das führt dann sogar dazu, dass am meisten Anleihen aus Deutschland gekauft werden, weil Deutschland halt den höchsten Anteil. Also insofern, das muss man sagen, wir haben uns zu diesen Anteilen nicht geäußert, aber es klang offenbar so ein bisschen so, dass da die EZB vor allem griechische und italienische Anleihen kauft. Dem ist nicht so. Und zum Zweiten legt er Wert auf dieser Leser oder Hörer Wert auf die Feststellung, dass PSPP, dieses Ankaufprogramm, vor allem ein geldpolitisches Instrument ist, um die Inflation zu erhöhen, das Wachstum zu erhöhen und die Währung zu stabilisieren. Gut, und das führt dann im Ergebnis natürlich auch dazu, dass auch Deutschland von den niedrigen Zinsen profitiert. Denn auch Deutschland kann auf diese Art und Weise natürlich billiger Kredite aufnehmen. Dann hat sich noch der EuGH zu Wort gemeldet. Das muss man der Vollständigkeit halber erwähnen. Also es war ja, wir hatten über Karlsruhe gesprochen, über das Urteil haben wir ausführlich in der letzten Generationenlage gemacht. Und ein wichtiger Aspekt an dieser ganzen Kritik des Urteils war eben, dass die Autorität des EuGH vom Bundesverfassungsgericht untergraben wurde. Und da hat der Europäische Gerichtshof eine Pressemitteilung veröffentlicht, die man so nicht oft liest. Ja, in der Tat. Denn der EuGH hat wirklich sich hinreißend geäußert. Wir haben es verlinkt in den Shownotes. Das ist wirklich unglaublich komisch, wenn man sich so ein bisschen auskennt mit der Art und Weise, wie Gerichte normalerweise kommunizieren. Der EuGH hat nämlich eine Pressemitteilung veröffentlicht mit dem Inhalt, dass er sich nicht äußere. Die geht nämlich los mit dem Satz, die Dienststellen des Gerichtshofs kommentieren Urteile nationaler Gerichte nicht. Ich sage gar nichts mit fünf Ausrufezeichen. Dann aber sagt der EuGH natürlich doch was. Und dann heißt es nämlich so schön, sonst müssten Sie auch keine PM machen. Ganz generell kann auf die ständige EuGH-Rechtsprechung hingewiesen werden, wonach ein im Vorabentscheidungsverfahren ergangenes EuGH-Urteil für das vorliegende nationale Gericht bindend ist. Heißt also? Um die einheitliche Anwendung des Unionsrechts zu wahren, ist nur der EuGH befugt festzustellen, dass eine Handlung eines Unionsorgans gegen Unionsrecht verstößt. Und Meinungsverschiedenheiten der mittelstaatlichen Gerichte über die Gültigkeit einer solchen Handlung wäre nämlich geeignet, die Einheit der Unionsrechtsordnung aufs Spiel zu setzen. Das ist dann doch sehr eindeutig. Da kann man echt nichts mehr zu sagen. Und letzter Satz wieder zum Böllern. Der Gerichtshof wird sich in dieser Angelegenheit nicht weiter äußern. Also mehr haben wir dazu zündig zu sagen, außer Karlsruhe Halsmaul. Wir sind hier am Drücken. Wir entscheiden das und euer Urteil gefährdet die Einheit des Unionsrechts. Was übrigens ja auch die weit überwiegende Mehrheit der deutschen JuristInnen so sieht, die das Urteil kommentiert haben. Gut, dann noch eine weitere Sache, kleines Feedback zum Interview mit Svenja Schulze, was euch laut Feedback, so wie wir das hier mitbekommen, auch ganz gut gefallen hat. Ja, super. Also ich glaube, wir haben, glaube ich, zu selten, zu einem konkreten Teil einer Lagefolge so viel konkretes, positives Feedback bekommen. Ganz herzlichen Dank. Wir nehmen das als Ansporn, uns um spannende Interviews zu bemühen. Ja, genau. Und da haben wir vorher auch überlegt, woran liegt denn das jetzt, dass euch das nun ausgerechnet so gefallen hat? Weil wir haben ja auch schon mal andere Interviews gemacht. Da könntet ihr vielleicht nochmal ein bisschen nachlegen. Nö, das weiß ich. Also das ist aus den Kommentaren völlig klar. Ja, ja, weil wir so kritisch nachgefragt haben. Weil wir immer wieder auf den Punkten rumgeritten sind, zu denen sich Svenja Schulze letztlich nicht geäußert hat. Also das fanden die Leute offensichtlich richtig gut, dass wir, wenn sie einmal quasi der Frage ausweicht und der Frage ein zweites Mal ausweicht, dass wir dann auch eben noch ein drittes Mal nachhaken. Genau. Also was ich so ein bisschen hinterher bereut habe, ist, dass ich zumindest von ihrer Weigerung, über dieses Budget zu reden und von der Behauptung, die sie da zum Teil aufgestellt hat, so überrascht war, dass ich nicht in der Lage war, nochmal konsistent aufzuzählen, was es jetzt eigentlich mit diesem Budget und dem Ziel aufrecht auf sich hat. Deswegen das hier kurz nochmal zur Erläuterung gesagt. Also es ging, und da hat Svenja Schulze natürlich recht, einerseits um den Vertrag in Paris, völkerrechtlich bindend, der nur das Ziel festschreibt, deutlich unter zwei Grad, möglichst bei 1,5 Grad zu liegen. Da wird also nicht davon gesprochen, dass da irgendwelche CO2-Tonnen-Budgets eingehalten werden müssen. Aber, und das ist natürlich auch klar, das habe ich oder wir behauptet, die Wahrscheinlichkeit, dieses Ziel zu erreichen, hängt natürlich direkt von der Menge von CO2 in der Atmosphäre ab. Und das ist dieses Budget, was die Welt halt noch hat, als Ausstoß, um dieses Ziel zu erreichen. Und wenn wir also wissen wollen, ob unsere Maßnahmen, die wir national oder in der EU treffen, zum Ziel führen, nämlich diese zwei Grad oder möglichst drunter zu bleiben, zu erfüllen, dann müssen wir natürlich wissen, wie viele Tonnen CO2 A wir noch haben und B wir schon ausgestoßen haben und C einsparen durch Maßnahmen, die wir treffen. Und das hat Stefan Rahmsdorf, der von mir da in dem Interview auch zitierte Klimaforscher vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung auch nochmal festgehalten, der das Interview auch gehört hat. Ich bin überrascht, dass die Bundesumweltministerin nicht über das Emissionsbudget diskutieren möchte. Denn eine der wichtigsten Aussagen des Weltklimarats IPCC ist ja, dass das Ausmaß der globalen Erwärmung direkt von der Gesamtmenge des weltweit ausgestoßenen CO2 abhängt, also von diesem Emissionsbudget. Und der Weltklimarat hat deswegen ja extra eine Tabelle publiziert, wo man sehen kann, wenn wir die Erwärmung auf einen bestimmten Wert, also 1,6, 1,7, 1,8 begrenzen wollen, welches Emissionsbudget die Welt da noch zur Verfügung hat. Und die zentrale Frage der Klimagerechtigkeit ist ja, wie dieses Restbudget an CO2-Emissionen, das wir uns noch leisten können, wie das auf die Länder verteilt wird. Also das ist nochmal ein anderer Aspekt, dass wenn du sagst, du hast 800, 900 Gigatonnen CO2 weltweit zur Verfügung, ja, wie wird das denn auf die Länder verteilt angesichts der Tatsache, dass die Industriestaaten natürlich den Großteil dieser bisherigen Verschmutzung verursacht haben. Also das ist der Punkt von Rahmstor. Also wir wollten das einfach nochmal so als wissenschaftliche Gegenposition in den Raum stellen. Ich glaube, wir selber würden das Interview jetzt eher nicht nochmal einordnen. Da kam nämlich auch von einigen der Wunsch, wieso habt ihr das Interview nicht kommentiert? Ich finde, wir haben in dem Interview mit Frau Schulze gesprochen und da muss man jetzt nicht noch nachtreten, wenn sie quasi nicht mehr sich dazu äußern kann. Aber auf einen Punkt möchte ich doch nochmal hinweisen, weil ich den irgendwie sehr wichtig finde, nämlich, dass sie das Interview nicht nochmal checken wollte. Bei Printinterviews für Zeitschriften, Zeitungen ist es ja häufig üblich, dass die Mitschrift dann nochmal so quasi zum Gegenlesen geschickt wird. Das wollte sie nicht, das heißt, sie hat das aufgenommen mit uns und hat dann gesagt, okay, könnt ihr so senden oder können sie so senden, können sie so bringen und wollte dann nur wissen, wann es erscheint. Ja, das nennt man autorisieren. Ich habe da mittlerweile, ich war da früher eine ganz eindeutige Haltung dazu. Ich bin aber mittlerweile, wo ich auch manchmal interviewt werde, so ein bisschen zu einer differenzierteren Haltung gekommen. Also, ich fand es auch honorig, dass sie nicht gesagt hat, ah, ich würde das gerne nochmal hören und dass wir da nochmal drin rumredigieren. Es ist aber so, ich habe bei den Kollegen vom Deutschlandfunk auch nochmal nachgefragt, da gibt es ja auch so lange Interviews, Interview der Woche. Das wird auch nicht autorisiert, sondern das wird aufgenommen und gesendet. Ich glaube aber auch, dass es eben durchaus einen Unterschied gibt zwischen solchen Audio-Interviews, die wirklich ja im Wortlaut gesendet werden und Interviews, die für Printorgane geführt werden. Also bei den Interviews, bei denen wir oder ich jetzt mal interviewt wurden, da war das immer so, dass natürlich die Antworten dann halt verschriftlich wurden. Und dann wurde der Satz mal ein bisschen gerade gebogen und hier ein bisschen gekürzt, weil nicht mehr der Platz da war und so. Und ich habe dann schon immer darum gebeten, kann ich das nochmal lesen? Nicht, weil ich da jetzt unbedingt meine Aussagen korrigieren wollte, sondern weil ich dann tatsächlich beim hinterher lesen auch Faktenfehler gefunden habe. Wo einfach, wo das falsch war, wo ich dann hätte Sachen gesagt hätte, die faktisch falsch waren. Das ist ehrlich gesagt, ich gebe ja ständig Interviews für die GFF. Und ehrlich gesagt gibt es praktisch keins, wo nicht irgendwas verdreht ist. Und zwar nicht im Sinne von, ich habe den Satz nicht zu Ende gesagt oder so. Das korrigieren die JournalistInnen im Grunde von alleine. Also so eine Art sprachliches Redigat machen die normalerweise von alleine, sodass die Sätze wenigstens aufgehen. Aber es ist in fast jedem Transkript irgendetwas faktisch falsch, muss man so ehrlich sagen. Das heißt also, ich korrigiere nie meine Ansichten, sondern ich gehe halt nochmal drüber, ist denn das überhaupt das, was ich sagen will? Und leider Gottes stimmt es fast nie hundertprozentig. Warum auch immer das so ist, ich möchte dann niemandem unterstellen, dass da absichtlich irgendwas geändert wird. Aber vielleicht verhört man sich mal oder vielleicht habe ich mich auch versprochen oder so. Insofern bei einer schriftlichen Fassung bin ich schon sehr dankbar dafür, wenn man nochmal drüber gehen kann. Auf der anderen Seite finde ich bei Audio ist das auch insofern ein bisschen was anders, als da ja die Hörerinnen und Hörer direkt dasselbe mitbekommen, was Svenja Schulze gesagt hat. Oder die Interviewpartnerin gesagt hat. Ja, aber ich glaube zum Beispiel bei dem Interview, sie hat Sachen gesagt, wie zum Beispiel im IPCC, so sinngemäß ist vom Budget nicht die Rede. Und das ist faktisch falsch. Ja, das stimmt einfach nicht. Und das ist faktisch falsch. Und jetzt kann man natürlich sagen, sie weiß es nicht, sie behauptet Unsinn. Das ist kaum vorstellbar. Das ist kaum vorstellbar. Sondern ihre Vermutung, da müssen wir einfach in ihrem Sinne davon ausgehen, dass sie das halt in dieser Situation verwechselt hat, vertauscht hat, wie auch immer. Sagen wollte Paris. Und das wäre vermutlich eine Stelle gewesen, die sie hinterher korrigiert hätte. So nach dem Motto, Leute, da habe ich mich versprochen, das ist faktisch falsch, wir müssen da irgendwie sagen, da setzen die nicht drauf an oder so. Ich habe auch überlegt, ob man das rausschneidet, aber wir haben den Faden ja nochmal wieder aufgenommen und sie hat sich dann ja hinterher korrigiert und so. Ja, aber weißt du, das ist ein schönes Beispiel, finde ich, dafür, Philipp, weswegen das bei Audio alles nicht ganz so heikel ist. Ich finde bei Print, weil ja so Print-Interviews oder also generell verschriftliche Interviews auch immer nur einen Bruchteil der wirklich gesprochenen Sprache umfassen. Wenn du mit jemandem anderthalb Stunden sprichst für ein Interview, dann ist ja hinterher die Textfassung nicht irgendwie 50 Seiten lang, sondern ein oder zwei. Insofern würde ich mal denken, bei einer schriftlichen Fassung ist einfach so viel mehr an journalistischer Bearbeitungsleistung drin, dass einfach viel mehr schief gehen kann. Insofern finde ich, macht es schon einen Unterschied, ob man eine Printfassung autorisiert oder eine Audiofassung. Und sie hätte ja auch die Möglichkeit gehabt, sich hier zu korrigieren, wenn sie gesagt hat, ich habe da vorhin gesagt, steht nicht drin, sorry, muss man korrigieren oder so. Das hätte ja alles machen können. Auf jeden Fall, trotzdem wollte ich einfach nur noch den Punkt machen, okay, viele fanden das Interview super, fanden den Auftritt von Frau Schulze nicht so stark. Ich finde zumindest stark, dass sie sich die Zeit genommen hat für uns, muss man auch mal sehen, wir sind ja aus Sicht eines Politikers oder einer Politikerin vielleicht jetzt irgendwie noch kein so wichtiges Medium. Insofern finde ich es toll, dass sie sich Zeit genommen hat und außerdem finde ich es auch klasse, dass sie gesagt hat, so habe ich es gesagt, so könnt ihr das verwenden, viel Spaß. In diesem Sinne würde ich sagen, ja, Feedback, always welcome, Diskussion, immer willkommen, lagernation.org. Das haben wir nicht geübt. Das haben wir nicht geübt, wir haben auch hier keinen, nicht vorgezählt. Genau, Feedback auf unserer Seite und natürlich, wenn ihr die Lage der Nation unterstützen wollt, unabhängigen Journalismus, klickt euch gerne ein Soli-Abo, das geht auf lagernation.org. Ab 5 Euro im Monat seid ihr dabei und kann man auch monatlich kündigen, das hilft uns sehr. Hilft uns sehr und genau, wir hören uns auf jeden Fall wieder, ob es jetzt am Freitag, Samstag, Sonntag oder Montag ist, das müssen wir dann mal sehen, die Tage steht jedenfalls noch nicht fest. Wir wünschen euch eine schöne Woche, bleibt gesund. Bleibt gesund, haltet Abstand, setzt die Maske auf und bis bald. Tschüss. Tschüss.